Nicht nur Angler und Motorbootfahrer vertrauen auf die Schubkraft der Rhino Elektromotoren. Auch hier Segelbootfahrer, Segelbootkapitäne nutzen sehr gerne unsere Motoren. Auf diesem 6 Meter langen Segelboot haben wir einen Rhino VX 65 verbaut. Hier würde auch problemlos der Rhino VX 54 Clips ausreichen, um dieses Boot problemlos anzutreiben. Ihr könnt natürlich auch weitere Motoren mit dementsprechender Schubkraft aus der Rhino Familie auf eurem Boot montieren. Zum Beispiel die BLX Serie, die DX Serie oder die Black Edition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017